einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video wir haben eben ein unboxing gemacht von den merus produkten jetzt geht es daran ich habe mich entschieden ich fange mit der großen steckdosenleiste an mein handy habe ich auch hier wir wollen uns die produkte jetzt einrichten und gucken ob das alles so klappt und inwiefern ob man das einzeln steuern kann oder nicht ich habe ich gehe da komplett unbelastet vor und ran so aber erst mal dass man sieht dass die steckdose funktioniert sagt aus das ist halt eine ganz normale steckdose die geht hier nach unten und da werden wir das jetzt alles anschließen so ich muss den gummi vorher ab machen also das ist vorher auf den auf dem stecker drauf ich mache euch mal nach unten dass er sehen könnt was ich mache ich werde den kabel jetzt auch nicht aufmachen ich bin auch nicht so der freund der die plaste also diese diese schutzschicht hier die hier drauf ist der die immer gleich ab macht ich lasse die eigentlich immer drauf so lange wie es geht weil umso länger bleiben die steckdosen schön und zerkratzen nicht es sei denn man liegt sie wirklich dahin wo sie wirklich offensichtlich immer gleich gesehen wird dann natürlich nicht dann mache ich das in der regel eigentlich auch ab so wir haben die steckdose jetzt dran ich werde doch mal den kabel abmachen dass ich euch das zeigen kann also der grüne anschalter blinkt vom design her echt schön so ich habe hier schon karton vorbereitet so dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt ich werde mal ranzoomen falsche taste also so könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen also hier oben blinktet jetzt grün ich hoffe ihr kommt kommt über die cam gut rüber so ich öffne mir jetzt die merus app die habe ich mir hier schon runtergeladen da ist er so ich muss mich jetzt registrieren oder anmelden also registrieren e mail adresse und ein passwort muss ich eingeben und registrieren speichern standort kann er ruhig aktivieren habe ich nichts zu verbergen jetzt installieren möchten sie geräte jetzt installieren ja so und jetzt gleich nach dem starten fragt er mich also ich habe mich registriert mit e mail adresse und passwort brauche nichts bestätigen oder so ging gleich weiter und jetzt fragt er mich was ich hiervon halt ist auch komplett deutsch gewesen was ich davon jetzt installieren möchte oder aktivieren möchte also lichtschalter steckdosenleisten und sowas alles garagentüröffner haben sie übrigens auch mein vater hat jetzt nicht so ein garagentor sonst hätte ich das auch gleich mit bestellt dann kannst du halt mit google assistance oder so oder alexa kommt ja auch alexa auto bald kannst du halt sagen garage auf und zu und dann macht die das so smartphone hier haben wir auch einmal mit drei und einmal mit vier und also damit ihr das vielleicht sehen könnt die obere ist die die wir haben die da drunter hat vier steckdosen also normale stecker und wenn ich richtig gucke vier usb da könnt ihr euch mal gucken also ja mehrere im angebot die habe ich aber nicht gesehen gehabt es kann sein dass die vielleicht jetzt demnächst erst ins sortiment kommt ich wähle jetzt die an und dann sagt er mir schon an was ich machen soll jetzt habe ich sie eingeschaltet hier leuchten drei grüne lichter die grünen led blinkt langsam was beginnt langsam zu blinken ja so jetzt sucht er sie und scheint also jetzt schon zu gefunden zu haben so und jetzt können wir die ja in namen geben steckdosenleiste büro verbinden so wie nennen wir die denn steckdosenleiste wohnzimmer ich nenne die jetzt einfach mal wohnzimmer über weitere namen kann man sich immer noch einen kopf machen so passen sie das symbol an oh geil also ich habe jetzt hier so ein symbol ich kann aber auch ein symbol anpassen machen sie ein foto aus galerie auswählen zulassen galerie ach da kann ich sogar eins aus der galerie nutzen da können wir ich nehme jetzt einfach mal ein image von mir ja einmalig so aber das ist zu das ist zu groß das kommt nicht ganz rauf aber wir können es ja mal testungsweise versuchen ne will er nicht achso die hat er nicht vorrätig aus galerie auswählen Fotos Galerie Kamera äh was haben wir denn hier ich muss mal gucken ob ich irgendwie vom pc ein bild habe oder von der couch natürlich nicht ähm doch nochmal couch so couch immer und dann können wir das halt zuweisen so dann können wir dann halt zum beispiel das foto da markieren wo es ist und das soll ja dann rauf auf die couch zack und dann haben wir dann natürlich das bild so finde ich eine gute möglichkeit aber ich nehme mal das standard bild jetzt einfach und sage weiter jetzt fragt er mich natürlich mit wem ich verbunden werden möchte ähm ja nicht wundern bei mir stehen hier mehrere geräte drin ne man sieht hier nur eins ok also es funktioniert nur mit äh äh 2,4 gigahertz das habe ich extra so dass man das sehen kann und auch weil viele geräte mit äh probleme haben ähm wartet mal das machen wir mal so schnell das problem ist zum beispiel beim fire tv äh der fire tv dritte generation hat arge probleme beim cube ist es mir noch nicht so aufgefallen äh wenn man 2,4 und 5 gigahertz praktisch in der fritzbox einmal hat also man hat einmal was zum einstellen äh äh name und 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 Passwort aber da hat manche geräte wirklich arge probleme bei mir habe ich das so gemacht ich habe den punkt da gibt es ein feld was man klicken kann in der fritzbox äh äh 2,4 und 5 gigahertz voneinander trennen die sind bei mir getrennt ich habe einen anderen namen für das 2,4 gigahertz als für 2,5 und Passwort habe ich glaube ich aber beides gleich kann man aber auch anders machen ähm bei mir steht dann halt fritzbox 2,4 gigahertz oder fritzbox 5,0 gigahertz und daran sehe ich welche gerät überhaupt 5 gigahertz unterstützt und ich habe keine probleme weil die quellen also die funksignale in den einstellungen voneinander getrennt wurden gibt es nämlich ganz viele geräte die arge probleme mit haben so also falls ihr so ein probleme habt so könnt ihr das beheben so also einfach mal die quellen voneinander trennen so dann muss ich jetzt natürlich 2,4 gigahertz auswählen ich muss mein Passwort eingeben so und drücke weiter jetzt versucht er sich mit der Steckdosen ach hier ist gerade was passiert hat Geräusche gemacht zu verbinden jetzt warten wir einfach mal kurz ab also es blinkt jetzt hier oben schon nicht mehr die blinken nicht die leuchten auch alle weiterhin so erledigt so und schon haben wir die Steckdosenleiste verbunden wir können jetzt hier oben auch auf hier oben auf so einen Stift drücken und dann können wir sie umbenennen Switch 1, Switch 2, Switch 3 ach so cool die kann ich sogar separat benennen USB halt nur einmalig okay das ist saugeil das ist saugeil so Zeitzone Europa Berlin Standort Gerätezeit WLAN Signal 55% ist im roten Bereich aber noch zu verkraften Modellnummer MS 425i Firmware Version 2.17 Hardware Version 2.0.0 und dann halt die MAC Adresse und dann kann man dann halt hier zum Beispiel sagen LED an und aus also jetzt ist es weiterhin an aber die LEDs sind alle aus ich möchte sie aber gerne anhaben Gebrauchsanweisungen kann ich mir durchlesen da wird mir hier so sogar direkt die deutsche Version auch hier angezeigt ne erst das Englisch dann kommt Deutsch und dann kann man halt hier auch alles nochmal nachlesen super das finde ich klasse so jetzt werden wir mal so die Steckdose einfach einmal anklicken so direkt drauf so ich muss gucken jetzt bin ich drauf und da haben wir jetzt vier Ein- und Ausschaltknöpfe wir haben einmal die komplette Leiste Ein- und Ausschalten zack es ist alles aus das Licht leuchtet grün sieht man das? ich hoffe ihr seht das im Video halbwegs die Sonne scheint hier gerade ein bisschen doll rein ich kann jetzt hier separat USB anmachen jetzt leuchtet hier nur grün alle anderen sind aus ich kann jetzt die Steckdose jetzt ist die an jetzt ist die an ich kann auch alles wieder ausschalten und eigentlich nur sagen ich mach jetzt nur die mittlere an jetzt ist nur diese an oder diese oder aus oder alles an wir können die auch halt komplett benennen also wir sind da nicht angewiesen dass da Switch steht wir können da auch Namen hinschreiben das ist kein Problem ist ja geil das ist ehrlich gesagt ist das schon geil muss ich sagen so und da haben wir drei Geräte die halt die wir da halt anschließen können also Verzögerung gleich null jetzt werden wir aber noch die Alexa App öffnen warum öffnen wir jetzt die Alexa App? weil Alexa weiß ja trotzdem nicht was sie machen soll oder? Alexa? Steckdosenleiste Wohnzimmer an die ist leise Alexa, lauter Alexa, Fernseher an dann geht's über das Soundbar der Insel lauter Alexa, wie geht's dir? gut Alexa, stopp Alexa? Steckdosenleiste Wohnzimmer aus meintest du Wohnzimmer? ja ja okay Alexa Fernseher an Alexa Wohnzimmer Steckdosenleiste an meintest du Wohnzimmer? nein wenn ich jetzt da sagen würde dann würde alles ausgehen so also es ist noch nichts steuerbar so mal ein bisschen Schalasier runtergemacht also das hat der neue Arbeitsplatz hat halt seine Tücken so jetzt öffnen wir hier die Alexa App also ganz normal Alexa App und dort gehen wir unten auf Geräte da war es glaube ich und hinzufügen so also hier oben haben wir dann so ein Plus warte ich zeig euch das also hier unten ich geh nochmal zurück ihr seid komplett in der Alexa App dann habt ihr hier unten so ein Haus Symbol da geht er rauf und hier oben auf das Plus Symbol und Geräte hinzufügen und zwar wo wartet Gruppen hinzufügen Echo Home Zuberein ach Quatsch falsch hier oben Plus und dann das Erste zufügen und jetzt fragt er uns natürlich was wir hinzufügen sollen ja und da können wir uns dann halt aussuchen was wir hinzufügen wollen wir haben aber schon Sachen die wir ja hier haben Meros deswegen gehen wir hier oben auf Skills und Spiele dann wo haben wir die Lupe da oben haben wir die Lupe und da suchen wir einfach Meros Meros ich hab mich mal geschrieben wo ist denn jetzt hier wieder doch ich muss mal so machen Leute ich komm so nicht klar wenn ich es hier auf der Seite habe Meros so und da haben wir dann Meros und zwar haben wir Smart Meros und Meros allgemein ich nehme jetzt einfach mal Meros allgemein bewertet steht dann da von wem das ist ich guck mal bei der anderen vielen Dank für die Auswahl von Meros Produkten und dann okay wir haben die zwei ich nehme jetzt einfach mal die oberste die jetzt besser bewertet ist so jetzt muss ich hier natürlich nach dem aktivieren vom Skill muss ich jetzt mein E-Mail Adresse und Passwort eingeben was ich bei Meros eingegeben habe wo ich mich auf der App registriert habe autorisieren laut jeden Tag ein Fremdwort so speichern so und jetzt bin ich damit verknüpft also der Skill ist jetzt hier drauf schließen sie Fenster um Smart Home Geräte zu suchen so so verweiten so alle Geräte ich guck gerade mal ob es vielleicht diesmal automatisch mit dazu ist natürlich nicht es macht nichts automatisch hinzufügen Steckdose Meros Gerät suchen so jetzt habe ich halt Steckdose gesagt dass ich ein Gerät hinzufügen will und habe gesagt Steckdose und habe die Firma Meros ausgewählt und jetzt sucht Alexa hier nach Geräten die verbunden werden können dauert um die 45 Sekunden natürlich wird sie welche finden weil in der Meros App haben wir das Gerät ja schon eingerichtet und die Meros Skill haben wir auch drauf und durch den Skill und durch den Skill kriegt Alexa halt die Information von Meros was das für eine Leiste ist und was man mitmachen kann und nimmt die Kommandos entgegen und leitet die halt zur Steckdose weiter sozusagen also eigentlich Alexa aber es funktioniert halt da fünf Geräte wurden gefunden fünf und verbunden achso eins, zwei, drei, vier und alles insgesamt Nummer fünf so ist das so zack wir haben ja so wie ich es euch gesagt habe wir haben Wohnzimmer Steckdosenleiste ganz unten stehen das ist die gesamte Steckdosenleiste und dann haben wir praktisch Switch 3 USB, Switch 1 und Switch 2 also 1, 2, 3 und USB und haltet komplett die Gerät so haben wir so und jetzt können wir einfach sagen wartet ich muss nochmal nachgucken nicht dass ich das falsche sage mit meinem Namensgelächeln das ist bei mir momentan alles ganz schön wirr Wohnzimmer genau Wohnzimmer wartet hier haben wir auch die neuen Geräte die sind ja auch alle durcheinander in der App also da muss Amazon sich mal was einfallen lassen dass man irgendwie Kategorien machen kann oder dass man halt hier suchen könnte Wohnzimmer Steckdosenleiste okay Alexa Alexa Wohnzimmer Steckdosenleiste an und jetzt geht alles an jetzt können wir sagen Alexa Switch 3 aus 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 aus. Alexa, switch drei an. Alexa, Wohnzimmer-Steckdosenleiste aus. Und alles ist aus. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Funktioniert super. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man wirklich alle drei separat an- und ausschalten kann. Es funktioniert aber, habe ich euch gezeigt, wir können die einzelnen USB nicht an- und ausmachen, aber alle vier zusammen gehen an- oder aus. Also ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Also einfach alles an, Switch 1, Switch 2, Switch 3, USB an, könnt ihr euch aussuchen oder alles aus. Ihr müsst die auch jetzt nicht Switch und USB, also USB-Wax trotzdem lassen. Es sei denn, ich hole mir dann irgendwann mal noch eine Steckdose, wo ich auch USB dran habe, dann muss ich die dann nennen, USB-PC, USB-Couch oder USB-Fernseh oder was weiß ich, dass man die dann voneinander unterscheiden kann. Die Switch, die kann man ja sowieso selber benennen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel, wenn ihr, was weiß ich, ihr braucht jetzt die ganze Steckdosenleiste nicht. Ihr habt jetzt hier einen Wandadapter drin. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Alexa, Switch 1 an. So, der ist jetzt an. So, ich werde euch mal rauszoomen. Ja, dadurch können wir halt jetzt hier unser Licht hier anmachen. Alexa, Switch 1 aus. Und ist aus. Alexa, Switch 1 an. So, hier muss ich natürlich einen Knopf drücken, damit das angeht. Aber wenn wir jetzt hier ein Gerät dran hätten, wie einen Ventilator zum Beispiel, der auf Stufe 3 gestellt ist, an mit Umluft, also dass er rumläuft, praktisch Halbkreisbewegung macht, bräuchten wir ihr das nur sagen und der würde automatisch angehen. Oder wir haben irgendwelche Weihnachtsbeleuchtung dran. Ja, dann bräuchten wir ihr das nur sagen und die würde angehen oder halt ausgehen. Je nachdem, wie wir das gerne wollen würden. Finde ich so an sich eine geile Idee. Ich denke mal, ich werde es mir hinterm PC machen. Da habe ich hier praktisch LED-Leuchte 1, LED-Leuchte 2. Das sind die, die links und rechts von meinem Arbeitsbereich sind, um mich zu erleuchten. Und einen Controller und ein Headset kann ich laden. Dann habe ich noch drei Steckdosen zur Verfügung, wo ich halt Lampe oder was weiß ich anschließen kann. Das ist schon mal ganz gut. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Der Kauf hat euch gefallen. Im nächsten Video werden wir uns die anderen Merus-Produkte angucken. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin's Test.